So, zurück zu Duke Nukem. Ähm, so, mal sehen. Aha, hier müssten irgendwo wieder solche Dingsboots sein, solche Superjumpingboots, irgendwas. Erstmal gucke ich auf beiden Seiten, was da so alles ist. Es war riskant. Boah, ich hasse Helikopter in dem Spiel. Die machen immer Schaden. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie... Die machen immer einen Damage, das ist krass, weil... Ah, verdammt, das war... Ah, verdammt. Hi, äh, ist hier viel Zeug. Was ist das hier überhaupt, dass hier so viele Zeug liegt, äh? Aber wenigstens geht mein Leben wieder höher. Vielleicht komme ich auch von hier aus irgendwie anders wieder nach oben. Das wäre toll. Verdammt. Aber dann kriege ich vielleicht den Heli von der anderen Seite, der ist jetzt schon fast tot. Der hat mich jetzt nicht ernsthaft verfolgt. Doch hat er. Jetzt muss ich das Ding loswerden, aber... Das dürfte ja. Ah, ich verstehe. Das war jetzt natürlich schon extremst herausfordernd, aber egal. Mal sehen, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich gleich ein weiterer Heli. Dann wusste ich doch. Ja, wenn man sie früh genug erkennt... Ah, ich hab sogar noch den Ballon bekommen. Ich hebe mir das mal fürs Erste auf. Falls ich hier irgendwie nochmal extremst viel Amage bekommen sollte. Dann kann ich immerhin auch da zurückgehen. Na, ach, ist klar. So, mal sehen. Oh, verdammt. Ach, jetzt kann ich auch einfach durchrinnen. Okay. Okay, hier komme ich nicht mehr weiter. Das heißt, ich kann zurückgehen. Ich glaube, ich hole mir das Ding jetzt lieber doch. Ich glaube, anders wäre ich nie wieder zurückgekommen. Ich war, wenn ich noch weniger Leben hätte. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg zurückgibt. Außer über das Band, oder? Ne, den gibt es, glaube ich, echt nicht. Weil, wenn man überlegt, nach dem Band. Nach dem Band, äh, konnte man nicht irgendwie anders nach links oder rechts. Wo, das war auch knapp. Ich dachte, ich erwische mich jetzt noch. Mal sehen. Ah, dahin ist wieder so eine Windmühle. Boah. Ich glaube es nicht. Ich renne in die Dinge einfach rein, als... Dann wäre ich komplett bescheuert. Oh, mein Gott. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich fühle... Ich fühle mich hier gerade auf wie der letzte Depp. Oh, und da gibt es also doch einen Weg dahin. Ach, war es auch so klar. Oh, nee. Oh, Mann. Ich fühle mich gerade echt auf wie der letzte Depp. Wie der letzte Trottler aus dem Dschungel. Hey, ohne Hütz, was geht denn ab. Mal sehen. Ah. Da falle ich nicht drauf rein. Lieber erst mal sicherheitshalber warten. Ah, okay. Hier wird irgendwas sein. Oh. Jetzt, jetzt habe ich ein Problem. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Wunderbar. Puh. Das, das war es gut. Das ist sehr gut. Ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn das Ding hier nicht hochfliegt, habe ich. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar. Hat besser funktioniert als erwartet. Ah, wunderbar. Aber sogar ultra wunderbar. Okay, ohne die, äh, 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 Dings hier, ich, äh, ohne die Schuhe da, werde ich dann nicht hochkommen. Was heißt, ich darf so... Aber ich nehme mir einfach mal da, äh, 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 an, dass die hier in der Nähe sein werden. Kann ja nicht sein, dass sie jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt sind, wenn ich jetzt hier schon fast da bin. Ah, hier hätte ich noch runtergehen müssen. Oh, weiß aber nichts. Okay, jetzt wird, jetzt fange ich langsam an zu zweifeln. Bis Sicherheit. Jetzt halt mal warten, bevor ich doch erwischt werde. Ah. Oh. Ich, ich, ich habe jetzt, ich, ehrlich gesagt gedacht, da sind jetzt diese WM-Boots drin. Naja. So kann man sich täuschen. Wenigstens war ich hier noch nicht. Schließe ich jetzt einfach mal daraus, dass hier voll viele Gegner waren gerade. Beziehungsweise überhaupt noch Gegner. Okay, aber hier war ich schon, weil hier ist ja nichts mehr. Oh, da unten, da ist, da lebt noch was. Das heißt, da war, da irgendwie, da hinten war ich noch nicht. Und irgendwie muss ich da natürlich auch noch hinkommen, aber natürlich leichter gesagt, da ist getan. Nein, verdammt. Ich habe mich verlaufen, verlaufen, verlaufen. Jetzt kann ich nur ein bisschen wahllos in der Gegend rumschießen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay, da unten ging, gab es auch nichts. Ah, das stimmt, da hat es auch nichts. Und hier war dann der Roboter, genau. Und die zwei komischen Disketten. Dann müsste hier vielleicht noch irgendwo was geben. Ah, Gegner. Das ist ein gutes Zeichen. Hört sich zwar komisch an, aber tatsächlich ist in diesem Fall ein Gegner ein gutes Zeichen. Ein Gegner heißt, hier war ich noch nicht, hier lebt noch was. Nein, was mache ich denn? Okay. 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 Duke, du hast mich lieb, aber du hast mich jetzt begonnen. Du wirst nicht lange dauern. Der verfolgt mich mit seinen Blicken. Oh, das ist so nett. Die geballte Feuerpower von 4 in Zahlen 4. Schüssen. Damit feuere ich nun noch durchgehend Laserstrahlen des Zorns, den niemand ausweichen kann. Na, das war so klar. Okay, bin ich ein bisschen zu früh runter. Aber hier ist es, glaube ich. Ah, falsche Taste gedrückt. Oh, Mann, bin ich schlau heute. Und Exit. Aha. Oh, da ist noch was. Und was. Okay. Man sieht, ich habe ihn auch recht viele Räume ausgelassen, aber... Pff, sei es drum. Shit happens. Now entering an ancient underground lunar city. Beware of the snake tech bots. Okay. Dann sieht man sich in diesem Level dann. Bis dann. Bis dann.